Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Jetzt willkommen zurück zu Prey. Wir sind hier wieder reingegangen, an dem wir rausgegangen sind. Rein und... Oh nein, das sind zwei. Sind jetzt beide tot? Oh. Hat die Explosionen jetzt beide getötet? Okay, meine Respawn-Theorie war völlig falsch. Aber völlig falsch. Wir haben in der letzten Folge ausführlich nach einem... Ausführlich eine Thermoskanne gesucht und sie nicht gefunden. Was sehr schade ist, weil ich sehr gerne dieses geheime Compartment da... Wie viele Neuromods haben wir eigentlich geöffnet hätte in seinem Büro? Vier. Stoffwechsel, Busen, Mediziner, Hacker... Hacker 2 könnten wir. Oder mehr Inventarplatz. Das ist natürlich auch immer sehr... Äh, naja, sehr schön. Ausdauer, Zähigkeit... Schusswaffen... Waffenschmie wäre natürlich sehr cool, um die Waffen ein bisschen zu verbessern. Ah, ich warte erstmal noch. Ich warte erstmal noch. Hier vielleicht eine Thermoskanne. Okay, sobald wir irgendwo eine Thermoskanne sehen... Wissen wir, wo wir damit hin müssen. Nämlich in Dr. Calvinos Büro. Jetzt sollen wir erstmal in unser Büro. Ähm... Für... Weil wir das... Für, weil wir das Looking Glass repariert haben. Oh, dann sind da wieder die. Okay, vergesst alles, was ich jemals über Respawn gesagt habe. Alles. Immerhin droppen die schönen Kuhstrahlzellen. Was ich sehr schön... Oh, Kuhstrahl. Okay. Oh, no. Oh. Oh, nein. Oh, ist noch ein Phantom da? Nein, ich muss nachladen. Scheiße. 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 Ich mag diesen Kuhstrahl sehr gerne. Okay, äh, warte mal. Inventar. Haben wir irgendwas zu schnabulieren? Duckbier. Nein, Gesundheit. Das lohnt sich nicht. Das macht uns alles betrunken. Anti-Rap. Ach, wir haben Anti-Rap. Okay. Okay, wir brauchen auf jeden Fall Anti-Rap. Hier, Anzug-Reparatur-Kids. So, da haben wir wieder ein bisschen mehr Platz. Das kann ich alles noch mitnehmen. Die knusprigen Pommes, die natürlich das Phantom dabei hatte. Knusprige Pommes. Nehmen wir mal gerne mit. Okay. Okay, dann eilen wir mal zurück in unser Büro. Und schauen mal den Rest unseres Videos an. Ich bin sehr gespannt, äh, was wir uns selber noch so zu erzählen haben. Und wie ich in der letzten oder vorletzten Folge gesagt habe, ich weiß, einige sind bei der Folge an Zart schon deutlich weiter. Aber ich möchte das halt sehr gerne, äh, auskosten alles. Oh, wir können nicht mehr nachladen. Oh. Inventar ist voll. So, Video ist da hinten. Oh, ne. Was? In zwei. Scheiße. Nein. Ich hatte zu wenig, äh, Kuhstrahlzellen. Keine Lebenszeichen. In den letzten Spielen schon entladen. Ich hoffe, der ist jetzt, nachdem wir hier durchgegangen sind. Ja. Okay, dann müssen wir vielleicht unser, unser altes, äh, ach, wir könnten erstmal, wo wir gerade hier sind. Erstmal den ganzen Schrott. Und recyceln. Dann müssen wir unser eigenes, äh, unsere alte, unsere alte Technik nehmen. Die Glucanone. Und dann die Margrave. Was ist die? Fünf? Ja. Zwei und fünf. Okay. Okay. Das ist doch nur einer, der sich immer so ein bisschen aufgeteilt hat. Und warum da manchmal Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen steht. Obwohl das doch eigentlich, das sind doch eigentlich Phantoms, oder? War das jetzt kein Mimik? Dass da so viele Fragezeichen stehen? Warum sind so Tür offen? Aha. Blödsinn. Okay. Gleich gucken wir uns das Video an. Erstmal natürlich, so ich möchte auch, glaube ich, mal den ganzen Alkohol. Ich bin, ich bin ja gegen Alkohol, ne? Stell dir einen Gesundheit her, Halt, Furcht. Egal, weg damit. Hier den Bourbon auch. Ne, Anti-Rats behalten wir. Duck-Bier kann auch weg. Erstmal kurz sortieren. Da, die Flexiform-Bolzen können auch weg. Was ist das? Recycler-Ladung? Ne, Kuhstrahlzellen bleiben auch da. Neuromod, die werde ich natürlich auch nicht recyceln. Das wäre ein Quatsch. So, wir haben, glaube ich, keinen Plan für Kuhstrahlzellen, ne? Schade. Aber, wir haben einen Plan für ein Medikit. Da haben wir gerade einige verbraucht. Da können wir nochmal zwei, wie haben wir? Elf, okay. So, die können wir mitnehmen. Dann, ähm, machen wir noch ein paar Sportpatronen. Gucken wir nochmal. Dann sind wir da auch wieder ganz gut mit ausgerüstet. Okay, äh, mal ein bisschen was zu essen. So, warum ist das hier geschafft, Ende der Nachricht? Bitte nicht stören, okay. Dann, äh, setzen wir das Video mal fort. Das sind immer sehr große Dateien. Das dauert immer lange, bis er die reingeladen hat. Die sind so 20 Terabyte groß. Dir wird nicht gefallen, was jetzt kommt. Du musst die Talos 1 zerstören. Die Forschung. Die Typhon. Alles vernichten. Auch dich. Ich weiß, wie das klingt. Aber du hast die Typhon erlebt. Sie sind ein Teil von dir. Wenn auch nur eine Zelle die Erde erreicht. Ist das aus? Tut mir leid. Es gibt keinen anderen Weg. January wird dir zeigen, wie die Selbstzerstörung aktiviert wird. Alex wird dich aufhalten wollen. Er hasst es zu versagen. Er ist zu stolz und beschämt, zu Mama und Papa zurückzukriechen. Jetzt hängt alles an dir. Viel Glück. Gefällt dir nicht, oder? Nee. Nicht so wirklich. So, äh, ruft mich January nochmal an. Oder nicht so. Sprich mit January. Okay, wie? Hallo Morgan. Ich bin January 2035. Ich bin ein Operator. Es gibt viele Operator auf der Talos 1. Aber keiner davon ist wie ich. Morgan. Ja. Ach so. Ach. Hä? Okay. Ich bin ihr Plan B. Meine erste Aufgabe war es, sie aus der Simulation zu befreien. Dann sollte ich Ihnen das Video zeigen. Alles erledigt. Interessant. Ich habe jetzt Zugang zu weiteren Anweisungen. Die Selbstzerstörung der Talos 1 wird durch zwei Zündschlüssel aktiviert. Ihr Bruder hat den ersten, sie den zweiten. Alex hat ihren Zündschlüssel zerstört. Sie haben jedoch einen Fabrikatorplan für einen neuen in der Datenzentrale versteckt. Dorthin müssen sie sich als nächstes begeben. Danach können wir uns Gedanken um Alex Schlüssel machen. Die Typhon breiten sich schnell aus morgen. Das wird ein Wettlauf gegen sie und ihren Bruder. Mit dieser Schlüsselkarte haben sie Zugang zum Hauptaufzug und allen Laboren. Was? Welcher? Wo? Wo? Generalschlüssel. Leider konnte ich den Aufzug von hier aus nicht reparieren. Es gibt einen anderen Weg durch das Psychotroniklabor. Morgen? Dort sind die Typhon aus der Eindämmung ausgebrochen. Seien Sie vorsichtig. Nächstes Thema. Ich sollte Ihnen weitere Neuromods besorgen. Das habe ich getan. Viel Glück, Morgen. Wie viele? Ich bin autonomer als ein gewöhnlicher Operator. Der Inhalt des Videos ist heilig. Oh? Was? 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 Nur eine Person aus Fleisch und Blut könnte mit der Verantwortung klarkommen. Nehme ich an. Ich habe ihre Stimme. Das ist eine Taktik, um ihr Misstrauen abzumildern. Ich erwähne das nur, damit sie wissen, dass ich aufrichtig bin. Sie wiesen mich an, die Testabläufe zu sabotieren, falls Alex sie nicht befreien würde oder die Typhon-Organismen aus der Verwahrung ausbrechen würden. Beides ist eingetreten. Jede Neuromod erzeugt einen Schnappschuss ihres Gehirns und simuliert einen Lernvorgang. Dann werden diese Änderungen umgesetzt. Milliarden von Verbindungen innerhalb von Minuten neu belegt. Alles ermöglicht durch unsere Freunde aus dem All. Warte, warte. Simmons installierte leere Neuromods bei Ihnen. Daher konnten Sie sich an den Test des vorherigen Tages erinnern und fliehen. Okay, das war alles. Mehr haste nichts zu sagen. Guten Tag. Okay, der hat uns jetzt einen Neuromod. Er hat jetzt wirklich einen Neuromod tatsächlich. Der hat uns einen. Einen einzigen Neuromod hat er uns gegeben. Na geil. Da bin ich verlockt. Da bin ich nicht ganz so verlockt. Da bin ich sehr verlockt. Da nicht ganz so. Da erhöht deine natürliche Lebenszahl um 25 Jahre. Das ist sehr schön. Wir leben also länger. Um 50 Jahre und um 75 Jahre. Sehr gut. Vielleicht sollten wir mehr Gesundheit nehmen. Um 150. Ich glaube, ich nehme mal mehr Gesundheit. So, haben wir noch zwei. Da sind wir auch voll geheilt. Das ist super. Mit zwei könnten wir noch das. Nee, das brauchen wir nicht. Ihr Büro ist relativ sicher. Kommen Sie zurück, wenn Sie sich ausruhen oder den Fabrikator benutzen möchten. Ja, werde ich machen. Apropos, da haben wir jetzt aber keine neuen Pläne bekommen oder so. Disruptor. Dann machen wir die ganzen Ausrufezeichen weg, damit ich das nachher sehe, was neu ist. Okay, das hilft uns alles nicht weiter. Jetzt die Frage. Kommen wir mit dem Generalschlüssel in die Psychotronik rein? Ziele. Betritt die Psychotronik? Ich muss dann in der Hauptsache sein. Es gibt einen anderen Weg. Erstmal ist das Psychotroniklabor. Das ist natürlich die Frage. Komme ich dann damit dann da rein? Ja, wir schauen mal. Warum sind da drei Fragezeichen? Ist das nicht einfach ein Mimik? Ich bin verwirrt. Ja, das ist jetzt... Okay, das ist jetzt ein einfacher Mimik, ja? Da steht es auch wieder dabei. Ich bin verwirrt. Okay, der Hauptaufzug ist noch nicht repariert, aber wir können jetzt in die Psychotronik. Ich hoffe, das geht tatsächlich mit dem Generalschlüssel. Nein, ein Phantom. Beziehungsweise... Ich bin jetzt nachler. Ich bin dann nachher. Was ist er denn? Da. Aber die haben wenigstens ein paar nützige Sachen dabei. Kaffee und so. Kaffee ist immer nützlich. Generalschlüssel. Tatsache. Nice. Oh Gott, ich schreck mich nicht so. So, was haben wir denn hier? Türüberbrückung. Wahrscheinlich für da, denke ich mal. Aber wir schauen uns erstmal ein bisschen um. Hacker 2 haben wir noch nicht. Schade. Okay, da brauchen wir also einen Code für irgendwas in der... Ah. Hallo Elias, du hast deinen Charakterbogen auf dem Drucker liegen gelassen. Vergiss nicht, dass wir das Spiel in den Aufenthaltsraum in den Besatzungseinrichtungen verlegt haben und es eigentlich schon später als sonst losgeht. Tu uns allen den Gefallen und schluck vorher ein paar Glückspillen. Bis dann. Alle klar. Äh, wen haben wir hier? Elias Black. Was hat er für die E-Mail? Yuri. Wie sich herausgestellt hat, ist Yuri Kimura wie alle anderen auch. Mehr dazu in der Mittagspause. Das ist total hilfreich. Kann ich mit dem Generalschlüssel entriegeln? Was passiert denn jetzt hier? Was passiert denn da? Ach, nur die Tür. Ach, die Tür geht dann zu. Okay. Also das geht dann hier auch mit dem Generalschlüssel. Hallo. Hallo Morgan. Wir sollten reden. Was? Mein Codename ist December. Ich werde Ihnen helfen, von der Talos 1 zu fliehen. Ihre Erinnerung ist lückenhaft. Aber Sie haben Anweisungen hinterlassen, falls die Typhon ausbrechen sollten. Alex hat eine private Fluchtkapsel. Sie haben eine Kopie seiner Startschlüsselkarte und Vorräte in der Neuromod-Abteilung versteckt. Ich übertrage die Position auf Ihrer Karte. Ich kontaktiere Sie wieder, wenn Sie den Schlüssel haben. Was? Wir haben jetzt January und December? Ich muss mich verarschen. So, damit wir hier sicher durchgehen können. Ersatzteile. Da ist irgendwas kaputt. Kann man aber auch reparieren. So, dann funktioniert das auch wieder. Ach, hier sind wir jetzt. Ah, okay. Hier sind wir jetzt. Haben wir zufällig noch Schrott dabei? Ja, ein bisschen haben wir auch. Ist doch leicht. Wo wir schon mal dabei sind. Okay, sonst gibt es hier aber keine Infos. Keine Computer. Keine gar nichts. Wer ist denn jetzt? December. Jetzt bin ich total verwirrt. Die Ziel-Hauptgeschichte Umweg. Optional wäre es December. Hol den Schlüssel zur Alex Fluchtkapsel. In der Neuromod-Abteilung. Da waren wir doch auch schon, oder nicht? Okay, wir schauen uns erstmal, aber erstmal hier um. Früher wollte ich, dass wir im All nicht alleine sind. Und jetzt wärst du lieber allein im All. Lieber drei Fragezeichen, Mann. Anzug wurde beschädigt. Belieb doch. Toll, das war ja super. Dass ich da noch was abgekriegt habe. Das hat sich gelohnt. Bin ich auch froh drum, dass das geschehen ist. Das freut mich. Den können wir nicht interagieren. Ich dachte, das wären vielleicht Notizen, weil das sah ein bisschen so aus. Aber sind es nicht. Okay, mein Anzug ist wieder kaputt. Habe ich noch Reparatur-Kits? Ne, nur Ersatzteile. Schade, ich habe keine Anzug-Reparatur-Kits gerade. Dann müssen wir damit leben. Wen haben wir denn hier? Joel Weeks mit einer Reagenz-Gasprobe. Vielen Dank. Im Generalschlüssel können wir das entriegeln. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt... Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon machen will. Vielleicht will ich auch in die Neuromod-Abteilung. Weil December interessiert mich dann doch irgendwie. Achso, Eingabe deaktivieren. Fluchtkapselschlüssel. Da gehen wir gerade noch mal hin. Also werden wir jetzt vielleicht am Ende vor die Entscheidung gestellt, die Talos 1 zu zerstören oder abzuhauen? Das heißt, entweder trauen wir January oder December. Das ist jetzt meine Idee. Weil es klingt fast so. Hier komme ich eh noch nicht rein. Wo ist er? Ich treffe ihn nicht. Wie wir jetzt gerade hier... Die scheiße... Die scheiße... Medifits verbrauchen, weißt du? Ich bin immer noch sehr freundlich, dass sie mir erst mal zuwinken, wenn sie mich sehen. Hab ich dich erwischt. Du bist dieser Stuhl! Nee, du... Dann gehe ich weiter. Oh ne. Warte mal, kurz... Kurz... äh, speichern. Das ist aber... Anführungsstrichen nur ein Phantom. Was soll immer die jetzt hier machen, weißt du? Das ist wieder so ein Drei-Frage-Zeichen-Mann. Ich habe sie gefunden. Warnung! Anzug wurde beschädigt. Ich habe sie gefunden. das ist neu dass jetzt hier so viel los ist natürlich nix nix zum anzug reparieren so muss überhaupt hin jetzt wusste jetzt das zeichen für ok ich doch hier lang Geronimo noch gab es den schlüssel eine notiz zu mir leiden morgen keine ahnung wie die gekriegt hast aber ich kann die schlusskarte nicht überlassen vertrauen wir du würdest es bereuen wie schade dann müssen wir improvisieren kommen sie zu mir ins foyer ihr büro ist nicht sicher hätte man das direkt am anfang schon finden können das wäre jetzt mal interessant ob man das direkt wenn man da drauf gesprungen wäre ganz am anfang man das da direkt hätte finden können okay aber wir machen heute hier schluss speichern eben noch und ich sage vielen vielen dank fürs zusehen ich hoffe ihr hatte viel freude freunde und jetzt die frage january oder december wem vertrauen wir mit wem arbeiten wir zusammen bis zum nächsten mal bei pre macht's gut tschüss dann dann dann